so jetzt geht es weiter muss ich den overdrive einsetzen vorwärts sicher vorwärts also gut wähl deinen zugangspunkt wir treffen uns beim medienraum vorwärts Die Schlafzimmer durchsuchen. Kontakt! Ich bin in Bewegung! Ich bin in Bewegung! Mitchell, zum Medienraum! Schön mal! Ich bin in Bewegung! Sicher! Herr Präsident, wir sind hier, um Sie zu retten. Ich brauche Ihren Authentifizierungscode. Alpha, Zulu, Tango. Bestätigt. Bleiben Sie hinter uns. Los geht's! Atlas 01, Achtung! Wir registrieren eine große Einsatzgruppe, die sich der Position nähert. Verstanden, Prophet! Judith! Setz deine EMPs ein! Sie sind tot? Ja. Ja, alles durchfallen! Ja! Ich habe nämlich keine Chance. Bereich gesichert! Immer weiter! Wie krass, ey! Oh, nein, nein, nein! So, ich, Leute! Los, los! Was? Prophet, wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Benötigen sofortige Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Evakuierung ist unterwegs. Weiter, weiter! Oh, oh. Schaff den Präsidenten rein. Mach es diesmal richtig. Prophet, das Paket ist sicher. Verstanden, Atlas 01. Ein Warbird kommt und bietet... ... und bietet Lop-Unterstützung. Ankunft in einer Minute. Verstanden, Prophet. Also gut, zerschanzen. Setz dein Schild ein! Setz deine intelligenten Granaten ein! Ich gehe doch mal, warum stehst du so rum? Ich gehe doch mal, warum stehst du so rum? Da haben wir ja einen Experten vor uns. Er entwickelt sich, Sir. Er ist bereit für echte Einsätze. Gute Arbeit, Junge. Willkommen bei Atlas. Du hast ein Trophäer erhalten. Abschüsse 200, Granaten, ja, nicht volltreffer, Abschüsse, Daten, 2 davon, 5 Verbesserung, ja, punkte, hihuhu, Panzerrufsteig, Gesundheit um 10%, Erkennen, Aktivität, Granatenerkennung, Sprinten, Batterie, 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 Erkennung, ne, wieder, ne, Panzerung, das ist gut, steigert Gesundheit, also dann nimmer, ne, sprinten, da muss ich gut, Batterie, am wichtigsten, nimmer, Batterie, diesmal, cool, nächste Mission, nach Korea, dachte ich, ich werde, durch, aber Ions gab mir was, woran ich glauben konnte. Den Fuß in die Tür zu kriegen ist eins. Man muss beweisen, dass man dazugehört. Ich bekam meine erste Chance zwei Monate später. Vor etwas über zwölf Stunden wurde der nigerianische Premierminister Samuel Abidoyo entführt, als er am internationalen Technologie-Gipfel in Lagos teilnahm. Wir vermuten, dass die KVA dahinter steckt, eine anti-westliche Terrororganisation, gegründet von ehemaligen tschetschenischen Separatisten. Der Aufenthaltsort und die wahre Identität ihres Anführers, Codename Hades, sind unbekannt. Das Tatmotiv ist unklar, doch die Entführung fügt sich in eine Reihe von Aktionen der letzten Jahre ein, die der KVA zugeschrieben werden. Ihr Auftrag lautet, die Truppen der Gastgebernation unter Käpt'n Arjani zu verstärken und die sofortige Freilassung des Premiers zu erwirken. Diese Amateure denken, sie verstehen was von Geiselrettung. Wir zeigen ihnen, wie's geht. Beeil dich, Kleiner. Eine Sekunde, ja, das... Das Sinking spinnt noch. Okay. Gut. Ziemlich faszinierend. Verlieb dich nicht ins Spielzeug. Es geht an den Soldaten, der es benutzt. Gideon, meine Männer sind in Position. Wir starten auf Ihren Befehl. Verstanden. In fünf geht's los. Bring uns ja nicht um, Kleiner. Alles klar. Du bist online. Flugdrohne aktiv. Schicke dir die Übertragung. Auf sie. Jetzt ganz ruhig. Näher in uns Zielgebäude. Mehrere KVA-Einheiten. Südraum im ersten Stock. Flieg weiter. Konferenzraum. Direkt voraus. Da ist der Premierminister. Boss, guck doch mal, wer bei ihm ist. Hades. Schalten wir ihn aus. Der Premier hat oberste Priorität. Die Wohlen zum Sterben. Manche schuldig, manche unschuldig. Die Frage ist nur, wann und wie. Sie sehen, dass ich sterbe. Sie tun gar nichts. Ganz im Gegenteil. Das tun sie sowieso. so ich mache hier das war's heute ich hatte ja bis zum nächsten mal und ein abo da lassen wäre nett und ein like und würde gerne auch mal ein bisschen feedback lesen bis zum nächsten mal